Hallo liebe Kalka-Community, mein Name ist Niki, wir sind heute in das Möbel, eines der chilligsten Lokale in Wien und wir gönnen uns jetzt mal einen Kaffee. So, ich habe es mir hier jetzt schon mal gemütlich gemacht. Neben mir sitzt Elisabeth. Wer bist du, was machst du? Ich Kellner hier im Möbel. Ich habe vor drei Jahren begonnen. Dann habe ich begonnen hier Kuchen zu backen und ich arbeite in einer Non-Profit-Galerie den Namen des Improper-Hors. Was genau ist das Möbel? Das Möbel ist ein Kaffee. Es herrscht eine sehr lockere Atmosphäre. Wie in einem typischen Wiener Kaffeehaus kann man bei uns mit einer Melange drei Stunden lang Zeitung lesen. Wenn ich das erste Mal bei euch bin, was sollte ich da unbedingt mal probieren? Also wir haben einen ganz tollen Schweizer Käsekuchen von unserem Chef, der kommt aus der Schweiz. Hausgemachte Kuchen, in die wir sehr viel Liebe stecken. Tollen Fürth Kaffee und unser Haus für das Wolfsbräu aus der Fugfliegenwelt. Ihr habt von Zeit zu Zeit Events bei euch. Was gibt es da zum Beispiel so? Also wir haben heute ein Live-Painting-Event kognitiert von Improper Wars. Wir haben eine Kooperation mit POP-E. Das ist ein junges Start-Up. Das sind zwei junge Köche, die sehr talentiert sind und Themenabende in verschiedenen lokalen veranstalten. Oder wenn wir im Sommer die Kinderecke haben, auch Kinderlesungen. Wie komme ich mit den Öffis am einfachsten zu euch? Am einfachsten mit der U3, Station Volkstheater. Oder mit der Straßenbahn 49, mit dem Fuß 48a oder mit der Nightline 49. Danke Elisabeth für dieses kurze Interview. Danke dir fürs Kommen. Und wenn ihr Lust habt auf einen super chilligen Café in einer gemütlichen Atmosphäre, dann seid ihr in das Möbel richtig aufgekommen. Ciao!